Hallo, ich bin jetzt hier in Gunji Fila. Ich würde sagen, das ist ein der schönen Hotels hier in Zungigi. Ich kann Ihnen zeigen, wie es dann aussieht. Es liegt dann ungefähr 5 Minuten Fahrzeit von Zungigi. Zungigi ist ja auf der Westküste der Insel Lombok. Ich mache ein bisschen Video von dem Hotel hier. Das müssen Sie schon wissen, wenn Sie einmal hier nach Lombok kommen wollen und richtig eine gute Erfahrung sammeln wollen. Dann haben Sie dann hier auf Lombok so ein schönes Hotel. Also Gunji Fila. Also ich kann dann euch zeigen, wie ich hier zum Beispiel. Das ist der Weg zu dem Strand. Das sieht jetzt wunderschön aus. Da ist schon eine Art von Bibliothek. Da sind auch Bücher da. Da kann man auch schon ein bisschen hier was lesen, wenn es ein bisschen langweilig wird. Aber ich glaube, der Aufenthalter von Lombok wird nie langweilig werden. Es ist gerade April jetzt. Es sind nicht so viele Gäste. Und da gibt es genug Platz. Es ist ja ein Mensch am Pool. Aber es ist ja ein wunderschöner Pool. Man sagt manchmal, das wäre eine Art von Infinity Pool, weil es dann direkt am Meer liegt. Und wenn man hier steht, dann sieht es aus, als ob dann das Meer wäre. Ich gehe zurück. Das sind schon ein paar Zimmer hier von vorne. Das heißt, das ist ja Beachfront-Zimmer. Da ist gerade leer. Da ist ja nochmal das Zimmer, wo ich dann war. Da ist ja auch, da oben am Parko. Da ist ja auch, da oben am Parko. Da ist ein wunderschöner Garten. Da sind ja die Schilder, wo lang es geht zum Pool, zum Strand, zum Restaurant. Ja, das ist wieder. So, wir sind hier in dem zweiten Lobby. Hier. Das war der erste Lobby. Der Hauptlobby beim nächsten. Aber gut, nachdem das Hotel irgendwie mal ein bisschen ausgebaut worden ist, ja. Dann wurde die Rezeption auf der anderen Seite dann belegt. So. Das ist auch schon mein Auto da. Ein Abibi, ein Suzuki. Wenn Sie dann zu uns kommen, dann werden wir mit dem Auto unten in der Insel verfahren. So, wir sehen uns auch schon. Bis zum nächsten Mal.